Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Gleich bleibt mir nur noch mein treues Messer. Das riecht so, wie Nikolai aussieht. Früher war ich bei solchen Sachen immer mächtig angeblüßt. Bin ich immer noch! Das riecht so, wie Nikolai aussieht. Jetzt bin ich bereit für all euch mutterlosen Maden-Mampfer. Abgefahren! Das was schonmal, ich war GREENer Sammeln! Sanmeln, besser! Das hier schlauble! Echt? Vielleicht sollte ich nächstes Mal drumherum gehen. Maximale Munition! Maximale Munition? Ist ja total komplett mein Geschmack. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Schussverkauf! Da scheint im Moment ein Schussverkauf gelaufen. Es ist wohl Zeit fürs Fleischsacksschnitzeln! Hör auf, du ruflust! Nimm deine dreckigen Toten weg! Nicht mehr lange und ich hab nur noch meine Fäuste! Ich bin keine Fleischbanane, du Fleischhafte! Na dann, Fleischdecker! Ballen dir die Fäuste! Ich fühl mich, als hätte man mir ein Schneebesen ins Ohr gerammt und das Hirn durchgerührt! Na klar! Machen wir es noch wütender! Das hilft ganz bestimmt! Du solltest mir besser nicht als zu nah kommen, Kumpel! Es gibt wohl keinen guten Zeitpunkt für keine Munition! Das wird einen Unterschied machen! Okay, ein echter Kampf! Komm schon, Sumpfmonster! Komm schon, Sumpfmonster! Komm schon, Sumpfmonster! Komm schon, Sumpfmonster! Komm schon! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020